So, let's go, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück. Diesmal war es so eine blöde Rüstung, die runtergefallen ist. Das geschieht dir so recht. Wow, ich habe zwei Gold. Heiß. Cool. Ach ja, ich habe zwei Laser-Dings-Geräte. Hm, witzig. Ich weiß nicht, welche ist besser. 41 Schaden. Aber dafür hat die 8 Speed mehr. Oh, Mann. Gott. Gott. Na ja, was will ich mit sowas? Was will ich mit 12 Ding-Poshen? Oh, nein, 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 nicht die da, nicht die da. Sag mal, willst du, kannst du mal weggehen? Könntest du bitte mal weggehen, du blöder Korruptor-Schm-Dings? Sag mal, was geht denn? Alter! Was ist denn hier für eine Party? Schon wieder eine Haus-Party oder was? Boah, ganz ehrlich. Adios. Ja, los, kommt her, ha? Na, kommt her. Los. Sag mal. Die fallen hier ganz prächtig unter. Es gefällt mir. Es gefällt mir. So, ich gehe jetzt mal hierher. Was passiert denn? Ach, Zombies. Die sind mit einem... Tut mir leid. Nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Wehe, macht die Tür auf. Wehe, 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 wehe. Küscht dich. Küscht euch. Küscht euch. Ist es der Grupptor? Nein, 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 nein. Hey, hey, der hat jetzt... Der hat mein Ding. Der hat mein Ding. Der hat mein... Der hat mein fucking... Nein, nein, nein. Hey, hey, hey. Moment, 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 Moment. Diese Frau doch, die hat doch irgendwas hier von, von... Weiß nicht, aber ich kann mir nur eins leisten. Na, super. Okay. Also, warte. Ich mag nicht das hier meiner... Ähm. Wieso lache ich gerade über jeden Scheiß eigentlich? Was geht denn für den Verkehr? Was? Ihr wollt mir hier erzählen, dass dieses Häufchen... Fliegenschiss... Ja, danke. Und das... Das hilft doch gar nichts. Blödes Weibwasser, kaufst du mir schon wieder für den Dreck? So, mach. Willst du mich fangen? Sag mal. Nein, nein. What? Hi. Hörst du auf. Hörst du auf. Hörst du auf. Hörst du auf. Brav. Sag mal, hier geht voll die Party. Tja, wenn halt nicht über diese Korruptoren, ne? Dann würde ich es auch reinlassen, sonst... Die beschießen mein Haus und sind immer alle... Oder soll ich einfach mal... Ich bin voll... Ich bin voll hart. Ja, Mann. Oh, Gott. Fett. Oh, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Hey, lass mich rein. Was zum Teufel macht ein Ding in Memo's? Okay. 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 Wie? Sag mal, hast du ein Problem? Ja, das Ding hat ganz anscheinend ein Problem mit mir. Sag mal... Hey, das war echt ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Sag mal... Tue ich das irgendwie falsch anwenden oder so? Ey, krass. Sag mal, das funktioniert halt einfach nicht. Und ihr nervt mich zu Tode. Es ist viel. Ist das aber noch drin? Nee, es ist weg. Na gut. Ja, aber das finde ich halt einfach jetzt gar nicht mal scharf. Wobei das eigentlich auch relativ lustig ist. Da ich auf einer... Ganz ehrlich, ey. Schande. Ha. Nein, 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 nein. Ach so. Ich habe nur einen Schaden zufügen. Ey, das ist echt nicht nett. Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe, oder? Ganz ehrlich. Oh. So, das ist lustig. Ich glaube, ich sollte von hier verschwinden, oder? Oder ich gehe natürlich einfach nach oben. Kann ich natürlich auch machen. Wobei ich eigentlich wieder nach runter gehen sollte, weil ich fast kein Leben habe. Außer ich habe vor zu sterben. Neun Silber. Na gut. So, und jetzt, ihr Kleinen, jetzt kommt alle her. Ey, ganz ehrlich. So. Hahaha. Nein, das ist nicht cool. Oh, sowas ist echt. Sowas ist nie cool. Och, komm. Man könnte... Hättet... So, und... So. Ja, stopp. Ja. So. Jetzt fühle ich mich doch schon mal glatt besser. So. Ey, ich fand, das war echt nicht... Nicht nett. Wie lang? Okay, das ist... Okay, 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 okay. Okay, Rückzug, 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 Rückzug. Oh. Heiß. Ist die Blutnacht vorbei, oder was? Ist es schon wieder vorbei? Weil es ist so schöne Musik. Ja, stimmt. Natürlich ist es vorbei, weil die Nacht vorbei ist. Ich mongel. Ey, manchmal ist es echt nicht schön mit mir. Ich bin echt... Ich bin wieder tot. Fast. Ich war immer noch tot. Also, ich bin immer tot. Ach, nein, nein, nein. Sch, sch, sch. Sag mal, könnt ihr die mal auffüllen? Sag mal, die müssen überall ihre... Ich will jetzt mal nicht weiter ausformulieren. Irgendwie ist es nicht klug, dass ich jetzt hier runtergehe. Und es hat geleckt. Naja, was soll's. So, ich glaube... Ich kann wieder nach oben gehen. Weil jetzt sind die alle weg. Keine Monster mehr. Oh Gott. So. Witzig. Was? Wie viel? Ein Silber-Coin. Dafür ist mir der Weg nicht zu... Schön. So. Verdammte... Was ist das denn? 87 GL. Krass. So. Ganz ehrlich. Du doofes Stück. Tanja, ey. Okay. Es ist zwar immer noch gleich... Clean? Sag mal, ich hab doch richtig gelesen, oder? Du doofes Stück, ey. Was willst du? Ach. Warum funktioniert's jetzt und... Vielleicht funktioniert's in der Nacht nicht. Das kann gut sein. Ja, das glaube ich, kann gut sein. Ich glaube, ist das auch so. Nein. Voll. Ich gebe ja keinem die Erlaubnis, mein heiß geliebtes Land zu verschmutzen. Wisst ihr, was ich... Oder warte, ich kann probieren. Warte, ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. Ich hab... Ich darf's probieren. Ich mach jetzt mal richtig tiefes Loch. Und dann sorge ich dafür, dass diese Korruption einfach nie bei mir kommt. Oder? Das ist doch ne gute Idee. Das ist ne gute Idee, komm. Müsst du zu werden. Das ist ne gute Idee. Das ist so cool mit diesem neuen Ding. Diesem hochmodernen... Ding. Halt. Ja, 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 komm. Ich könnte auch mal wieder... Uh, wisst ihr, was ich machen könnte? Das ist ja fast... Ne, ne, das mach ich irgendwann. So. Cool. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie voll fasziniert. Grad von allem. Oh! Was ist das? Oh, oh, das ist die Korruption schon wieder. Oh, oder? Ja. Wir haben hier die Korruption bei uns. Weg mit euch. Ja, gut. Dann hat sich wohl das erledigt. So. Auf der Hoffnung, dass... Warte, da war doch auch noch so ein Ding. Ja, wobei, das ist egal, oder? Nein, das sieht nicht schön aus. So. Hehe. So. Hey. Shop. Ähm. Brauche ich irgendwie so einen komischen Hut nicht, oder? Nö, eigentlich nicht da hier. Ist was Schönes damit. Rotten Chunk. Das brauche ich auch nicht. Das ist... Ach. Man weiß nie. Man kann alles brauchen. So. So, also, was ich jetzt vorhabe. Ich erkläre es euch mal, was ich jetzt vorhabe. Ich will jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Etage bauen. Ähm. Genau. Ich will noch eine weitere Etage machen, weil ich habe noch eine zu wenig. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, dann... Ist mein... Ähm... Mein... Mein... Wie heißt der? Fremdenführer. Genau. Der ist ja gestorben. Und leider... Haben wir ihn so schnell nicht mehr vermisst, dass schon eine neue Frau eingezogen ist. Diese Mechanikerin. Deswegen müssen wir jetzt noch eine... Ähm... Müssen wir noch bauen. Und... Ja. Wollte ich jetzt nur mal sagen. Wollte ich nur sagen. Ähm... Schön. 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 Wo sind... Wo sind die... Ach hier, oder? Nö. Hä? Hier? Sag mal... Ah ja, hier. Gut, wir haben hier sogar noch ein bisschen Holz. Das ist schön. Aber das ist viel zu wenig Holz. Natürlich. Selbstverständlich. Deswegen... Müssen... Wieso habe ich eigentlich 50 Bomben? So viel brauche ich wirklich nicht. 50 Bomben sind 50 zu viel. So. Ah, zum Glück sind... Hm. Wieso mache ich eigentlich vor mir meine Tür zu? Ach, natürlich. Selbstverständlich. Ich könnte mir die Kettensäge holen. Ich lache heute echt über jeden Scheiß. Naja. Ich bin glücklich. Ich bin nicht betrunken. Ich werde niemals betrunken. Let's Play machen. Was war das denn schon wieder für ein harter Krampf? Gut, Ben. Gefällt mir. Ich brauche verdammt noch mal irgendwelche Nüsse. Ja, genau hier. Nüsse. Na toll. Los. Hm. Jetzt bin ich auf diesen Wald da. Wisst ihr, was mich echt... Also das mache ich jetzt gar nicht. Das muss ich jetzt echt mal hier reparieren. Das hier so... Und schon wieder ein Häschen ist weg. So. Hm. Das ist doch schon mal viel besser. Das ist einfach schon mal... Viel besser. Das ist viel besser. So. Dankeschön. Ähm... 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 Leicht erkältet. Leicht verschnupft. Zwei Häschen. Die sich irgendwie gerade paaren wollen vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir lassen sie gleich in Ruhe. Wir lassen sie gleich sehr in Ruhe. Oh ja, ich glaube... Hier findet gerade der Begattungstanz statt. Ich denke mal, das sollte reichen. Und ich muss hier mal wieder was klären. So. Wunderbar. So. Sehr schön. Jetzt bin ich hier. Und jetzt kann ich so ein bisschen was machen. Ich denke mal, irgendwas mit 100 sollte reichen. Ähm... Das brauche ich... Wie oft brauche ich das? Keine Ahnung. Wir machen es mal 20 Mal. Jetzt haben wir es 21 Mal. Wir brauchen zwei Türen. Einen Stuhl. Und einen... Tirsch. Schön. Schön. Ach ja, genau. Und wir haben noch was vergessen. Aber das ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ach ja, und wir brauchen Steine. Ha! Steine. So. Steine. Wo sind die Steine? Wo sind... Ah, nein. Kein Silberblock. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Vielleicht... Steine. Steine. Viele, viele Steine. Sehr schön. Und wir brauchen drei von diesen... Wie man auch immer das nennen sollte. Wie nennt man es denn? Ja, genau. Ein Grey Brick. Ein Graublock. Brauchen wir drei Stück davon. So. Jetzt, glaube ich... Und ein weiteres Häschen ist leider der Verdammnis getrunken. Mann, eigentlich muss die Hölle mich ja lieben. Für die ganzen Häschen, die ich opfere. Das ist ja... Nicht mehr feierlich. So. Sollte Architekt werden, oder? Ich bin so... Na. Nein. Ben, nein. Einfach nein. So. Ein... Uno, due, tre. Und... Che. So. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt noch hier ne Tür. Und hier ne Tür. Und hier ne Fackel. Und hier ne Fackel. Und natürlich hier ne Fackel. Und hier. Und hier. Ja. Und diese ganzen Statuen sind komisch. So. Was brauchen wir jetzt? Genau. Das brauchen wir. Oh, ich hab irgendwie das Gefühl, das wird nicht reichen. Irgendwie hab ich das Gefühl, es wird nicht reichen. Na. Nicht gut. Nicht gut. Na. Aber das werden wir sehen. Na, wobei doch. Doch. Das wird reichen. Ja, das wird reichen. Ja, sicher wird es reichen. Da hab ich in der Fall Probleme. Was hab ich denn für harte Probleme? Oh, ja. Das reicht sogar. So hart, dass ich hier sogar nochmal... ...abdichten kann. Nein. Gut. So. So. Hm. Ja. Kann man stehen lassen. Kann man stehen lassen. Ja. Und jetzt noch eine hier und eine hier. Eine. Nein. Eine hier und hier. So. Wunderbar. Sehr schön. Das müssen wir euch aber leider wieder abbauen. Was haben wir denn noch nicht für eine Statue? Oh, wir haben noch jede von diesen kleinen Statuen. Gut. Dann machen wir jetzt einfach die... ...Königsstatue. Nein. Nicht da hin. Nein. Hier hin. Ja. Genau. Na. Perfekt. Ist das nicht wieder ein weiteres... ...Racht-Exemplar von Haus? Na. Und die anderen, die stelle ich hier unten hin. Weil die haben oben nichts verloren. Connor. Na, ist das nicht toll? Da ist er gleich wieder da. Da ist er gleich wieder daheim. Ja, hi. Grüß dich, na. Wieder zurück von dem Tod, na. Beziehungsweise von der Lava, in der ich dich reingeschmissen habe. Ne. Wirklich nicht. Nein. 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 Was habe ich noch alles? Kann ich irgendwas hier machen? Nicht, oder? Ich bin fertig. Ich habe hier nichts. Bin so irgendwie rein... Uh. Ich habe Dämonit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie. Cool. Kann ich ein paar Barren machen? Witzig. Tja. Machen wir einfach mal so viel. Vielleicht brauche ich ja noch irgendwie das Erz. Keine Ahnung. Hm. Schön. Ach, schön. Sieht schön aus. Wunderbar. Gut. Schöne, 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 schöne. So, wir haben viel zu viel Holz mitgebracht. Aber das ist jetzt eigentlich mal relativ egal. Den Hut tue ich jetzt einfach dahin. Den brauche ich nicht. Das ist Pulver. Das brauche ich genauso wenig. Äh. Und die Steine. Zu viele Steine. Zu viele Steine. Ach, und? Ähm. Ja, jetzt muss ich mir überlegen. Was hole ich denn jetzt? Das da oben oder das hier? Ich meine, das hat 41 Schaden. Das hat 5 Schaden mehr. Aber hat... Hm. Scheeter, 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 scheeter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wobei, wisst ihr, was ich machen könnte? Ich mache jetzt mal was Cooles. Nee. Ich mache nie was Cooles. Das ist leider mein Problem. Eigentlich dieses Ebenstein, ey. Das ganze Ebenstein, ey. Das brauche ich nicht. Das braucht keine Socke. Weil das einfach verflucht ist. Verfluchter Kackes. Das reicht schon, dass ich ganzes Stack voll habe. Das reicht eigentlich schon. So. Oh, mein Auge zu weh. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was der gute Goblin dazu sagt. Denn... Wie heißt der? Nord. Oh. Hey. What's up? Nein. So, dann schauen wir mal. Schauen wir noch mal, wie viel das kosten sollte. 55 Gold. Wahnsinnig. 59 Gold. 55 Gold, ey. Mann. Ich glaube, da töte ich noch mal lieber die... Ey, ich töte noch mal die Fleischwand. Das ist genial. Das ist eine geniale Idee. Oh, Ben, du bist genial. Genau. Das machen wir. Ach, genau. Und eigentlich, was ich noch vorhatte, ist, dass wir uns jetzt so ein 250 Dinger von mir aus Stein oder Dreck holen. Und dann bauen wir uns so hoch in die Lüfte, wie es geht. Dann klopfen wir mal an Gott des Himmels fortan. Das machen wir. Aber nicht leider... Also leider nicht in dieser Folge. Denn wir machen hier ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es wird mich... Und wieder ein hessiges Tod. Und es wird mich sehr beschreiben, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, klopf, klopf, Gott, wo bist du? Mein Name ist Ben und ich sage für Terraria für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi.